Ab dem 1. September 2015 ist diese hier angebotene 2-Zimmer-Mietwohnung bezugsfrei. Die neue Etagen-Wohnung liegt in Münster. Das im Jahr 2015 erbaute Haus verfügt über 5 Etagen. Die Wohnung befindet sich in der zweiten Etage und wird über eine Fernwärme-Zentralheizung beheizt. Das Objekt ist barrierefrei zugänglich. Das Gebäude hat einen Personenaufzug. Die Wohnung verfügt über einen Balkon, ein Schlafzimmer, ein Badezimmer, eine Einbauküche und einen Tiefgaragenparkplatz. Das Objekt ist luxuriös ausgestattet. Die Etagen-Wohnung bietet eine Wohnfläche von ca. 45 Quadratmetern. Die Gesamtmiete dieser Etagen-Wohnung beläuft sich auf 766 Euro. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.